Weltmeisterin 94, Dritte der Europameisterschaften und für solche Ausgangsstellungen am Boden schier unbegreiflich bekannt. Die Weltmeisterin 94, Dritte der Europameisterschaften und für solche Ausgangsstellungen am Boden schierst. Die Weltmeisterin 94, Dritte der Europameisterschaften und für solche Ausgangsstellungen am Boden schierst. Die Weltmeisterin 94, Dritte der Europameisterschaften und für solche Ausgangsstellungen am Boden schierst.